Oh, ich will doch nur raus aus der Nummer. Was? Okay. Ja, das ist super simpel. Also, das heißt, ähm... Hallo? Das heißt, okay, äh... Es ging da lang. Es geht da lang. Nee, nee. Nee, nee, es geht da lang. Das ist falsch. Solitär. Äh, äh... Scheiße, ich komm nicht dran. Äh, also, äh... Da unten, der Bube, äh, äh, muss da oben hin. Und dann, äh, das Kreuz, äh, dann da drauf und, und, äh, äh, dann eine vom Stapel nehmen und, ähm, ähm, die da hin. Oh. Oh. Hm. Das ist nicht der richtige Weg. Okay. You see? The line knows where the story is. It's over in this direction. Onward, Stanley. To destiny. Though, here's a thought. Wouldn't wherever we end up be our destination, even if there's no story there? Or, to put it another way, is the story of no destination still a story? Simply by the act of moving forward, are we implying a journey such that a destination is inevitably conjured into being via the very manifestation of the nature of life itself? Okay, Stanley, I need to follow this train of thought for a minute. Just stick with me. Now, we can both agree that the nature of existence is in fact a byproduct of one subjective experience of that existence, right? Oh. Okay. Now, if my experience of your existence rests inside of your subjective experience of this office, is this office in fact the skeleton of my own relative experiential mental subjective construct? Ah, okay. Was? Oh. Oh. Das hört sich ein bisschen an wie, ähm... Ähm... Ach, die englische Gruppe. Verdammt, wie heißen sie doch gleich. Multiplied. Das hört sich auch wie Multiplied. Okay. Okay. Oh, dann geht's auch weiter. Okay. Okay. Was? Oh. 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 Oh ja, das frag ich mich auch manchmal. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Okay. Oh! Oh! Shit! Oh, mein Gott! Was? Ones undentious. Okay. Okay. Uh oh. Ah, wir kommen. Uh... War ich nicht gerade da? Moment. Ah, okay. Aber trotzdem war das hier anders eben. Ich bin hier, dann da, dann da, dann da. Aber das stimmt ja nicht. Warum? Mich interessiert kein Fern. Äh... Äh... Okay. Warum? Was, 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 was soll an einem Fahnen, bitteschön, important sein? Okay. Es ist ein Fahnen. Es ist ein... Äh... Was? Wir waren... Da. Okay. Und jetzt... Oh Gott. Äh... Was? Wir? Oh, wir sind schon wieder da? Was ist denn da? Huh? Äh... Okay. You know what, Stanley? I say forget the adventure line. What's it ever done for us? We're intelligent people, right? Why can't we make up our own story? Something exciting, daring, mysterious. Oh, this all sounds perfectly doable. Why don't we simply start wandering in... Well, I don't know. How about this direction? Why not? Allerdings sollte das ja im Büro sein. Und das ist jetzt... Now, yes. This is exciting. Just me and Stanley forging a new path, a new story. Well, it could be anything. What do you want our story to be? Go wild. Use your imagination. Whatever it might be, Stanley. I'm ready for it. What, what, what? What, what? Äh... Was? Guck mal. Was? Äh... 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 Wie... Wie geht das denn? Krass. Hm. Hm. Stanley, I'd also like to veto the line from having any role in our awesome new story. No lines or monitor rooms. Just don't acknowledge it. We should be fine. Ach, lass uns doch diese Linie noch ein bisschen folgen. Wer weiß, wo sie uns hinführt. Oh. Okay. Da können wir nicht rauf. Hm. Ah, eine Wahl. Wir müssen eine Entscheidung machen. Von hier ist die Geschichte in unseren Kontrollen. Wie wichtig, dass wir nicht die Möglichkeit haben. Äh... Ich laufe jetzt einfach in der andere Richtung. Okay. Äh... Ich laufe jetzt einfach in der andere Richtung. Okay. So, starting from the right, let us ask, will taking the right door lead us to where we're going? And since the answer is clearly yes, then by all accounts, the door on the right is the correct one. Another victory for logic. Come, Stanley. Our destiny awaits. Äh... Ich würde aber die linke Tür nehmen. Ehrlich, ich würde die Tür nehmen. Was? Was? Was! Was?! Was? Am I just supposed to forget? Well, what if I don't want to forget? My mind goes blank simply because it's written here on this... this... thing... wall. Well, who consulted me? Why don't I get to decide? Why don't I get a say in all of this? Is it really...? No, it can't be. I... I don't want it to be. I don't want the game to keep restarting. I don't want to forget what's going on. I don't want to be trapped like this. I won't restart the game. I won't do it. I won't do it. I won't do it. And the timer... stopped? Does that mean... did we do it? Did we break the cycle? The... whatever it is that made this schedule? Nah. How would we even know? Will someone come for us? Will something happen? Nah. So... okay. I guess now we just wait. You know... I suppose in some way that this is a kind of story. Wouldn't you agree? I'm not quite sure if we're in the destination or the journey. Though they're always saying that life is about the journey and not the destination. So I hope that's where we are right now. We'll find out, won't we? Eventually. Well, in the meantime... Once... Amen. What Was war das denn? Was? WAAaaas... WAAaaas... Soll der schwarze Balken da unten? Hmmmm.. All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Okay. Und Stanley? Er nimmt die Richtung. Ist egal. Ja. Genau. Okay. Ist das nicht derselbe Spruch? Ach, yes. Really, really worth it being here in the room. A room so utterly captivating, but eager to get back to business. Stanley took the first open door on his left. Ne. Ja. Ja. Genau. Okay, was? Warning, do not jump from the cargo lift while it is in motion. Penalty for misuse of cargo lift. Penalty for misuse of cargo lift, 1000. Penalty for jumping over the cargo lift, 5000. But in his eagerness to prove that he is in control of the story and no one gets to tell him what to do, Stanley leapt from the platform and plunged to his death. Good job, Stanley. Everyone thinks you are very powerful. Ha, ha, ha. Ha, Stanley. Oh, guck mal hier, Stanley ist aber... Stanley ist in seinem Büro, aber sein Büro sieht... All of his co-workers were gone. What could it mean? Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Lightboard ending. Stanley went around touching every little thing in the office, but it didn't make a single difference. Nor did it advance the story in any way. Was? Das Whiteboard ending. Konsole. Bark. Wie Konsole, Bark. Bark? Moment, ich hab hier was von Konsole gesehen. Äh... Options. Keyboard. Äh... Ich hab hier was da. Da, 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 da. Konsole. Was ist die Konsole? Ähm... Wenn ich da jetzt einfach die 1 mache... Hups. Ah, okay. Hm. Ob das jetzt richtig ist, weiß ich nicht. Aber... Probieren. Geht über Studieren. Okay. Back. Resum. So, machen wir sie mal auf. Und dann... Back. 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 Da. Geht nicht. Okay. Dann... Anderes. Moment. 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 Das werden wir doch rauskriegen. Die Konsole. Die Konsole. Das. Oh. Das. Das. Komma. Komma. Komma ist gut. Komma. Komma ist super. Komma ist klasse. Wir nehmen das... Komma. Das Plus. Die Komma. Das Plus. Das. 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 Schade. Ich komm nicht rein. Aber es gibt ein Ending. Und das heißt... Back. Ha. Ja. Ja. Das ist egal. Ja. Das ist egal. Ja. Quatsch. Stanley weiß... Stanley hat gedacht... Ja. Und Stanley hat gedacht, dass er... ja... Genau. Deswegen springen wir einfach mal ein bisschen in den Tod. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal.